Erstens, ich bin ungeschminkt und zweitens kriegt ihr morgen, also Sonntag 12 Uhr, alle eine krasse Überraschung. Beziehungsweise nicht alle, sondern die, die am schnellsten sind. Und ich gebe euch jetzt 5 Tipps und ich bin gespannt, wer es in den Kommentaren errät. Es ist kein Boxinhalt. Und es ist auch nicht die erste Single. Obwohl es eigentlich Geld kosten sollte, kriegen die schnellsten das von euch für 0 Euro. Kein Cent. Es hat was mit diesem Bild zu tun. Und der letzte und der fünfte Tipp, ihr wollt es alle unbedingt. Bis morgen, 12 Uhr auf Insta.